Was ist das? Das müssen wir uns ansehen. Sofort rauskommen, Polizei! Ist so laut. Was macht der denn das? Ist ja unheimlich. Das muss ein Missverständnis sein. Die 53 ist mein Zimmer. Meins auch. Mathe, Chemie oder Physik. Gebt mir auch euren Füller und Beispiel von eurer Handschrift mit. Was? Mh, nur Snougat-Mischung. Karl, ich bin schon ganz abgemagert. Ich hasse Hunde. Wir können dich ja Gabi die Pfote nennen. Der Himmelswächter. Das Heiligtum der Shaolong. Was war es eigentlich für eine Statue? Hat mein Vater aus Asien mitgebracht. Das war echt irre was wert sein. Papa! Heute kam mal Presseanruf. Jetzt wollen sie meinen Vater gegen die Statue austauschen. Wenn wir den Schuh finden, haben wir den Täter. Wir sind in den Verhandlungen mit den Entführern. Da darf uns niemand dazwischen funken. Ich tanze, tanze, tanze außer Reihe, weil ich immer übertreibe. Aber das kann mir selbst��은 noch lauter die STM caben. Wo! oue her erwähne aus!